ja hallo meine lieben kryptofreunde hier ist wieder euer awon ich hoffe euch geht's gut hatte bisher ein schönes wochenende hoffe ihr habt euren kopf auch noch ein bisschen ausgeschaltet gehört auch mal dazu nicht jeden tag fünf bis zehn oder zwanzig mal aufgeschaut wo sind wir jetzt wo sind wir nicht also wie ihr seht hier meine stimmung ist grün also positiv ja obwohl wir jetzt natürlich chart technisch und dollar technisch natürlich nicht viel gemacht sind bitcoin noch immer bei 35.000 um den dreh rum xp 0,87 cent cardano cardano ist richtig hoch geschlossen schauen wir jetzt einfach mal wo die reise hingeht dominanz von bitcoin 43,4 prozent eth 17,9 prozent hat sich eigentlich auch nicht viel getan marktkapitalisierung sind wir bei knapp über eineinhalb billionen ist also auch nicht viel rein gebuttert worden jetzt die letzten tage wir wenn wir uns mal anschauen die letzten sieben tage hier waren wir ja brutal weit unten eigentlich dann ist wieder ein bisschen was rein aber wir pendeln uns hier jetzt mal durch schauen wir mal wann es hier wieder mehr richtung bärenmarkt geht nicht nur vom gefühl her ja weil viele sagen einfach viele youtuber viele instagramer sagen ja wir sind eigentlich noch nicht im bärenmarkt drin und und schon fast kommt es mir zumindest so vor dass es schon ja ein bisschen zu krass gewollt ist ja dass man die die menge noch auf trab halten möchte damit hier keine panik die macht ergreift also mein gefühl sagt natürlich ja wir sind wir sind noch drin im bull run ja aber wir müssen einfach schauen wir müssen einfach schauen ich fände es natürlich auch schon wenn wenn das schon gewesen sein sollte vor allem weil einfach so krass viele institutionen institutionen firmen privatanleger etc etc reinkommen und einfach so viele positive nachrichten bezüglich crypto kommen ich glaube nicht dass es auch hier heuer schon gewesen ist also bleibt wirklich ruhig und schaut einfach auf einstiegsmöglichkeiten so und jetzt meine freunde apropos gute news wir haben hier richtig gute news bezüglich xrp ripple vs sec zudem hat die richterin sarah netburn den antrag der sec abgelehnt zugang zu rechtsberatung zu erhalten die ripple in bezug auf den regulatorischen status von xrp eingeholt oder erhalten hat es ist wirklich noch mal ein richtig geiler schachzug das heißt schachzug einfach ein positives zeichen dass wir in die richtige richtung richtung kommen jetzt passt auf hier gehen wir weiter gehen wir weiter ein die entscheidung hat ripples fair notice verteidigung gestärkt die auf der annahe beruht dass die agentur das unternehmen und andere markt teilnehmer ja also nicht nur ripple nicht vor der tatsache gewarnt hat dass die kryptowährung eine nicht registrierte sicherheit ist das heißt jetzt so viel dass die das rippe sagt dass die sisi nicht bescheid gesagt hat oder gewarnt hat dass die kryptowährung eine nicht registrierte sicherheit ist eine security ist ja also dass die sisi nicht nur ripple also xrp nicht bescheid gegeben hat sondern auch andere unternehmen einfach nicht gewarnt hat nicht konkret war ob das jetzt eine sicherheit ist eine security oder nicht hier hat ihm dann die richterin sarah netburn den antrag der sisi abgelehnt und somit ist natürlich wieder hier ein positiver schritt für ripple bezüglich der klage der von der sisi und wenn man bedenkt ja was kann denn dann eigentlich ripple und die die anderen unternehmen dafür dass auf einmal nach jahren so eine sisi daherkommt und dann halt dies und das behauptet ja und die richterin sarah netburn hat ripple somit wieder mal ein stückchen weiter geholfen soll ich jetzt mal also wenn ihr mich fragt diese breaking news ist auf jeden fall positiv also seien wir hier weiter gespannt wie gesagt bis september geht ja das ganze und hofft dass dann wirklich ende ist und nichts mehr nachkommt seien wir weiter gespannt auf jeden fall jede positive nachricht ist eine geile nachricht so schauen wir hier mal weiter wie hat mani versus crypto currency can they coexist also kann fiat und crypto gemeinsam existieren tja also wer noch natürlich nicht bescheid weiß fiat money what is fiat money ich presse das immer ein bisschen zusammen für euch also fiat money wer es so noch nicht gehört hat und wirklich dabei ist also fiat money ist einfach nur us dollar euro japanesien oder vor rindt oder schweizer schweizer franken egal das nennt man fiat money also die währungen halt was schon seit jahrhunderten sage ich jetzt mal innerhalb der länder verwendet wird als ganz normale geld was halt die zentralbanken jetzt drucken ohne ohne ende und crypto brauche jetzt auch nicht auch nicht viel dazu sagen digital currency magic internet money digital cash also digitales geld gefällt mir hier also am besten jetzt wobei magic internet money auch nicht schlecht ist auf jeden fall digitales cash und kann digitales cash digitale digitales money und fiat money zusammen existieren um dies geht es hier würde mich natürlich freuen wir das in den kommentaren auch wieder reinschreiben könntet was eure meinung dazu ist auch zu der sec klage und natürlich wird man über das crypto currency wie denkt ihr kann das funktionieren kann kann man das kombinieren crypto und fiat money wie gesagt fiat money das geld was man anfassen kann crypto digitales geld und ob die jetzt nun tatsächlich gemeinsam existieren können ja wenn ihr mich fragt immer mal hier wort ist fiat money also die fiat währungen werden natürlich von den zentralbanken und den regierungen verwaltet sage ich jetzt mal und können dementsprechend natürlich eigentlich beeinflussen wie viel die jeweilige währung halt eben wert ist wenn sie mehr drucken wie es jetzt zum beispiel der fall ist da kommt halt die hyperinflation oder normale inflation halt und die zehn euro die heute du in der hand hast sind morgen keine zehn euro mehr wert können die bei kryptos natürlich nicht machen ja da wird von den jeweiligen firmen oder programmieren bei krypto können die das natürlich nicht machen ja es ist dezentral und es werden exakt vorgegebene mengen produziert und es kommt dann nichts mehr nach es kommt da nichts mehr nach entweder die verschwinden so wie bei bitcoin ja wenn du wenn du wolle trost und du vergisst deinen code dann ist es weg dann ist einfach das mal weg oder bei transaktionen zum beispiel werden natürlich einige coins gebührt und so wird es natürlich stetig eher weniger und mehr auf gar keinen fall so besteht natürlich auch kein keine gefahr für eine inflation bei krypto ja so verliert man natürlich dann wegen der inflation und wegen den geld drückerei aus dem nichts verliert man natürlich bei fiat money bei fiat währungen einfach ja das vertrauen das vertrauen sinkt einfach immer mehr und jetzt kommt halt einfach die das digitale zeitalter und auf einmal beim spricht schon fast jeder hier von krypto und es steigen halt immer mehr auf den zug rauf also wenn ich mich mich fragt ja die fiat währungen kann man einfach nicht komplett ersetzen also das wäre zu schwierig das wäre zu schwierig und nicht jeder hat einen internetzugang nicht jeder hat ein iphone nicht jeder hat einfach ein kluges telefon ich glaube ganz geht es einfach nicht oder nicht so schnell und nicht so leicht aber ich denke die coexist frage würde ich zumindest mit einem jahr beantworten also wie gesagt bin auf eure meinungen richtig richtig geil gespannt schreibt es mir in den kommentaren und ich würde sagen jetzt geht's go zur dritten information beziehungsweise news und zwar sagt ein top crypto analyst dass xrp auf dem vormarsch ist eine eruption zu haben also einen ausbruch zu haben auch natürlich seht ihr bitcoin auf einen unerwarteten ausbruch also er geht davon aus dass xrp und bitcoin auf jeden fall eine eruption einen ausbruch haben werden was natürlich richtig richtig noch mal eine positive stimmung hier in der kriptowelt natürlich rein pullert ja also hier also das sieht reif für einen kurzen druck aus ja also ein push nach oben wovon ich auch fest davon ausgehe vor allem wenn halt bei xrp die ss klage endlich vom tisch ist bei bitcoin sehe ich wie gesagt nur ein eine einzige sache was positiv ist und das ist halt auch die begrenzte anzahl von bitcoin und weil halt einfach bitcoin das aushängeschild momentan noch ist für kript für das kriptomarkt für den kriptomarkt sorry ja dann gehen wir hier weiter ich fand das halt richtig geil von crypto bull 22 xrp community members protesting es ist einfach nochmal ja die kripto community die hält zusammen die ist einfach eine community für sich das sehe ich ich sehe das einfach so in der ganzen kripto welt hier ist einfach die xrp community eine welt für sich ja also ich sehe natürlich protestanten proteste natürlich immer negativ ja aber weil weiß und dann heißt ja irgendwas ist nicht in ordnung der fall ist natürlich auch nicht was sie in ordnung aber es hält sich ein hier in grenzen sind keine massen masken haben sie ja auch alles okay aber hier halt noch mal dass jeder vorarm hat hier stimmt was nicht und es ist sie kann endlich mal ja heimgehen nett gesagt so und hier zum schluss doch hier für heute für euch crypto currency adoption curve so wir sind hier bei early adopters ich lese jetzt erst mal vor if you haven't invest yet you're still early wenn du heute noch nicht investiert hast dann bist du trotzdem noch früh dran dann bist du trotzdem noch früh dran ich sag's euch immer wieder und es ist richtig geil hier von der bravo bull ja der hat 126.000 follower und ist von der xrp committee auch gut angenommen und sagt halt schon auch vieles voraus cooler dude und ist halt gut zu hören zu sehen dass eine meinung die man selber vertritt dann noch mal gestärkt wird also hier tech enthusiast also tech enthusiast innovators ja die wo halt schon wirklich kaum land stimmt was schon haben die investiert visionäre die visionäre wir sind ja eigentlich alle visionäre die wo in crypto investiert haben wir sind alle irgendwo visionäre weil halt alles noch in den starten steht wir wissen es nicht exakt wissen es nicht exakt und wissen wir wissen nicht ob überhaupt crypto was wird es kann ja alles passieren deswegen visionäre und dann halt hier pragmatists early majority wenn halt die sache schon läuft und crypto auch in der breiten masse schon da ist und angenommen worden ist und hier late majority konservatives konservatives die wo halt dann wirklich spät dran sind und schon fast würde ich sagen dass alt bewährte einfach nehmen ja und und was halt über mehrere jahre dann schon funktioniert und getestet worden ist und blablabla dann steigen die ein und sagen okay passt da kann da nichts mehr schief gehen und natürlich die skeptiker laggards laggards die skeptiker die gibt es ja überall die skeptiker die gibt es ja auch überall also meine worte we are here you still early wenn du heute oder auch noch in einem jahr weit wegen zwei drei jahre investierst bist du noch wirklich früh dran investiere natürlich immer nur so viel dass du wirklich auch alles verlieren kannst weil wir haben ja jetzt schon über 10.000 crypto währungen und hier werden auf jeden fall natürlich noch mal einige hinzu kommen aber auch sehr 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 viele werden hier scheitern und auf irgendwann irgendwann einfach mal weg sein und daher schaut einfach bei firmen wo ist aktivität wo sind news die tägliche news wöchentliche news wie kommen die voran ja bei xrp passiert immer was immer bei bitcoin ethereum updates cardano polkadot es sind alles firmen da passiert was die cios da passiert was da da wird was im hintergrund gemacht und ein tipp wenn ihr auf einmal keine news mehr hört dann solltet ihr schnellstmöglich daraus ist natürlich keine anlagen beratung nur meine tipps und meine gedanken und meine vorgehensweise vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich natürlich auch noch mal für eure zeit ein wie gesagt ein like und ein abo nicht vergessen und natürlich vielleicht einen kommentar und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal